So, da sind wir auch schon. Wir starten mit der Verkehrsdichte von insgesamt 0. Um ein bisschen Chancengleichheit herrschen zu lassen, machen wir folgendes. Wir müssen leider Gottes immer wieder hier den Bus natürlich neu starten und für die Fahrt vorbereiten. Das machen wir jetzt einfach mal gemeinsam. Das heißt Zündung an. Wir können auch schon mal den Elektromotor hier anlassen. Dann müssen wir hier zum Terminal und alles schon mal vorbereiten. Dann einmal auf Start drücken. Hier haben wir zum Beispiel Verkäufer, sind wir 12, 17 und PIN ist bei uns die 3, 3, 5, 4. Die steht immer hier oben dran. Dann einmal auf OK. Dann die Linie eingehen. Wir sind die Linie 200 und auf Kurs nochmal gehen. Wir sind Kurs 7. So, das war es im Endeffekt schon gewesen. Nochmal auf OK drücken und dann Ziel ist erreicht. Jetzt können wir gucken, ob wir vielleicht eine Fahrkarte haben wollen. So ist es auch. Natürlich, alles klar. Was will sie denn machen? Will sie bar bezahlen? Sie hat glaube ich bar bezahlt? Hat sie bar bezahlt? Auf alle Fälle kriegt sie jetzt einen ABC Fahrschein. Hallöchen. Einzelfahrschein. Und sie zahlt bar. Hier ist sie da. So, und dann kriegt sie noch ihre 20 Cent. Erstmal packen wir das hier ein. So. 4 Euro haben wir einkassiert und 20 Cent kriegt sie noch zurück. Bitteschön. Gut. Also, wir werden bei einer Uhrzeit von 13.25 Uhr, werden wir hier loslegen. Wir können schon mal die Türchen hier vorne zumachen. Die Manlage können wir anmachen. Es ist halb so wichtig. Bei 13.25 Uhr geben wir Gas. Wir sind jetzt gerade an der Konrad-Blänke-Straße und werden bis zum Alexanderplatz vorfahren. Das ist jetzt ein Gebiet, wir haben es mal zweispurig, selten mal dreispurig, mit Abbiegerzeichen sogar. Aber wir haben auch manche Linien, weil wir öfters links abbiegen müssen, die natürlich nur einspurig sind, um wo wir uns natürlich so ein bisschen den unterordnen müssen. Also wie gesagt, 13.25 Uhr werden wir losfahren. In den anderen Verkehrsdichten werde ich wahrscheinlich ab jetzt hier ungefähr den Bereich zuschalten, dass die Verkehrsdichte auf 25, 50, 75 und 100 sukzessive hochschalten. Das heißt, 13.25 Uhr, sobald die Zeit da ist, werden wir die Zeit messen, losfahren. Und sobald wir am Alexanderplatz ankommen, werden wir sie stoppen. Die Strecke soll angeblich in 12 bis 13 Minuten machbar und fahrbar sein. Ach, aber so gefällt mir Berlin, war komplett leer, ist auch schön. So, wir müssen uns bereit machen, 13.24 Uhr haben wir es. Es ist gleich 13.25 Uhr, wir setzen schon mal einen Blinker, haben wir ja gemacht. Und, ähm, ja, Geschwindigkeit säumen wir halt ein, halt. Also hier geht es wirklich nur darum, Verkehrsdichte, wie viel bringt das oder wie viel stört das. Und aber auch die Geschwindigkeit werden wir hier einhalten, weil der macht es ja erst Sinn. Und ich hoffe mal, ah, jetzt können wir losfahren, dass wir nämlich noch die grüne Ampel da erwischen. Wir sind im Übrigen mit einem E-Citar unterwegs, also einem Elektrobus. So, jetzt sind wir schon ein bisschen zu schnell. Ah, die geht aber auch ordentlich ab. Da vorne ist eine rote Ampel. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns gleich am Alexanderplatz. Hier wird nämlich jetzt hier nicht passieren, wie wir natürlich alle Haltestellen jetzt hier mitnehmen. Das gehört ja so ein bisschen dazu. Weil die Verkehrssichte kann natürlich auch dementsprechend uns das Leben schwer machen. Denn wir kommen vielleicht schlechter an die Haltestelle überhaupt ran oder gar weg. Also, bis gleich am Alexanderplatz. Guck mal, ihr seht zum Beispiel hier, es ist hier einspurig. Und gerade aus der Busseistelle rausgekommen, wird es sowieso erst mal schwer, da reinzukommen. Aber wir fahren jetzt noch eine kleine Strecke bis zu einer großen Kreuzung, die mir hier sehr doll im Spiel gefällt, zu, äh, jetzt halt nur einspurig und dann auf einer Linksabbiegerseite. Und das wird natürlich so interessant sein. So, hier kommen wir nämlich in den Bereich, wo wir gleich links abbiegen müssen. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn hier erst mal richtig was los ist, dann kann das hier richtig voll werden. Und wir brauchen ewig und drei Tage, bis wir auf diese Linksabbiegerspur erst einmal raufkommen. Also, es ist nicht nur eine, muss ich dazu sagen. Es sind, glaube ich, sogar zwei. Ja, es sind zwei. Also, von daher, wir hätten es normalerweise auf der rechten Seite so ein bisschen einordnen sollen. So, hier wieder ein kleines Gebiet, was ein bisschen, ah, wir haben immer einen, ah, die haben nicht grün, wo wir einen Linksabbieger haben und diesmal nur einspurig. Und hier kann es dann auch ewig und drei Tage dauern. Aber, wie gesagt, ich finde das mega schöne Ecken hier. Deswegen wollte ich hier ganz gerne so ein bisschen verweilen und hierbleiben. Jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken, wo ist denn hier? Sehe ich doch die Ampel hier? Wüsste ich eigentlich noch, oder? So. Jetzt. Jetzt, okay. Können Sie mir bitte eine Quittung geben? What? Du wirst eine Quittung haben? Das habe ich doch nie gehabt. Äh. Beleg erwünscht. Mann, 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 Mann. Das habe ich doch nie gehabt. Ja, die Fahrkarten werden wir übrigens wahrscheinlich bei den anderen Sachen wählen und die ausschalten. So, schneller, schneller, schneller. Kriegen wir noch? Ah, das war auf alle Fälle noch, äh, gelb gewesen. Nee, die, äh, die, die, die anderen fahrdichten Modis werden wir auf alle Fälle mal ohne Fahrkartenverkauf machen. Hier geht es wirklich jetzt nur rein eigentlich um Verkehrsdichte. Hier habe ich es jetzt ein bisschen vergessen, aber, äh, das war jetzt ein bisschen weniger gewesen. Wir sind trotz all den, und ich muss mal sagen, die Fahrkarten haben jetzt nicht so viel Zeit beansprucht, sind wir trotzdem schon zwei Minuten später da, weil Alexanderplatz, ähm, Memhardstraße ist bei uns nämlich schon die Endstation. Und hier enden wir nämlich und werden die Zeit messen. Und ich, wie gesagt, wir sind jetzt so 13.34 bis jetzt so ein bis zwei Minuten langsamer. Mal gucken, ob wir bei 13.35 haben wir genau die Zeit. Jetzt sind wir sogar ein bisschen schneller unterwegs hier. So, einmal hier schön halten, ganz gemütlich. Ja, also, 13.34, 13.35. Wir haben so neun bis zehn Minuten gebraucht. Wir können mal kurz da oben gucken. Wir haben, achso, die Sekundenzeit haben wir gar nicht. Jetzt haben wir es, 13.35. Also, hallo, also, ich würde mal sagen, knappe zehn Minuten haben wir es gebraucht bei einer Verkehrsdichte von null. Mal gucken, wie das Ganze ausschaut, wenn wir eine Verkehrsdichte von 25 haben. So, ich muss wieder ganz kurz revidieren. Wir sind jetzt natürlich immer noch bei einer Verkehrsdichte von null. Wir, ähm, wir, 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 wir waren vorhin gar nicht so viel langsamer gewesen zum Alexanderplatz, weil ich meinte, wir sind sehr spät unterwegs. Wir sind 13.25 genau losgefahren, aber wir hätten schon 13.23, um den Sitterabfahrt, 13.23, hätten wir schon losfahren sollen hier. Also, von daher, jetzt könnten wir quasi losfahren. Ähm, ich mache es aber bis 25. Wir wollen ja so ein bisschen gucken, wie lange wir brauchen. Wir haben eine Verkehrsdichte von null haben, weil es gab zehn Minuten gebraucht. Und bei einer Verkehrsdichte, obwohl wir könnten eigentlich, ach nee, machen wir jetzt nicht, aber wir, 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 wir könnten rein zu diesem noch nicht losfahren. Aber ich würde nämlich gleich in, äh, wenigen Sekunden, nämlich die neue Verkehrssichter von 25 dazuschalten. So, Verkehrssichter habe ich jetzt auf 25 gestellt. Wir haben es jetzt 13.24. Warte, wir fahren schon mal, ja, bis hin können wir schon anfahren. Und da sehen wir, hier kommen schon die allerersten Autos. Jetzt geht es nämlich los. Ich will euch alles voll gebombt lassen. Es soll erstmal ein normaler fließender Verkehr herrschen. So ist zum Beispiel in Ordnung. Und wir können gleich loslegen. Ich bin schon ganz aufgeregt, dann schon gespannt. Und natürlich, normalerweise haben wir jetzt genau jetzt eine rote Ampel vor uns erwischt. So, Beeilung. Jetzt, äh, nein, ach, noch nicht. Noch nicht, 25. Ich bin so aufgeregt. Komm, 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 komm. Es darf kein Auto hinter uns kommen, dass wir uns noch hier richtig schön einscheren können. 24. Auto kommt nicht, Auto kommt nicht. Jetzt, äh, jetzt können wir loslegen. Gut, man muss sagen, weil der Verkehrsdrufe 25 da ist anscheinend jetzt noch nicht so der Andrang so riesengroß. Wie gesagt, Geschwindigkeit behalten wir bei. Ich mach mal kurz die Mäuslein. Oh, hoppala. Die Mäuslein hier ein bisschen weg. Und, äh, dann fahren wir die Strecke nochmal. Ist natürlich ein bisschen langweilig, aber, wie gesagt, äh, so haben wir ein bisschen mal was zu messen. Weil, ihr seht, guckt mal jetzt hier. Wir müssten uns schon erstmal den Blinker ausschalten, aber wir müssten uns halt hier schon auf der rechten Seite orientieren. Und es kann sein, dass einige jetzt hier rechts abbiegen wollen. Also, wir haben jetzt, glaube ich, zwei Autos vor uns. Und es kostet uns einfach mal ein bisschen mehr Zeit. Nichts zu vergessen, merkt man sich eigentlich ganz gut, 13.35 Uhr sind wir Alexanderplatz angekommen. Guck mal, ah, ja, spätes Abbiegen aber auch, mein Junge. Im Übrigen, ich hab mal geguckt, die Fahrkarten können wir leider nicht ausschalten. Also, hab ich jetzt zumindest nicht gefunden. Deswegen, lassen wir sie einfach an. Das passt schon. Ob, wenn jetzt so viele Leute hier dazusteigen. Mojet. So, wer will was haben? Wer will eine Fahrkarte? Ah, Schwein gehabt, keiner. So, und jetzt wird es hier das erste Mal tricky, obwohl bei 25%, ich nenne es immer 25%, man kann es so besonders stellen, da ist alles komplett leer. Haben wir nochmal Schwein gehabt, aber bei 100 wäre es schon ein bisschen schwieriger. Oh, warte, da kommt ein Auto, sieht ihr uns? Ah, den müssen wir vorbeilassen. Hätte wenigstens warten können. Früher war es doch anders gewesen, weil da haben sie die Busfahrer immer vorbeigelassen. Aber, ihr seht, jetzt mussten wir ein bisschen warten, aber wir sind trotzdem vor der Zeit hier sehr, sehr gut unterwegs gewesen. Also, 25% Verkehrssichter macht jetzt nicht diesen Unterschied. Aber, wie gesagt, wir kommen ja gleich zur Kreuzung, da könnte es ein bisschen Stau geben. Man muss auch dazu sagen, natürlich, wir müssen immer hoffen, dass wir eine gute Ampelfase hier erwischen. Kann ich das mit Karte zahlen? Natürlich! So, erstmal sehen wir mal hier ganz kurz mal hier ABC aus. Einmal 24-Stunden-Ticket und hier mit Karte. Du bist ja auch ein Spezi beim Mäuschen, wa? Kann ich das mit Karte zahlen? Äh, nee. Das ist in Ordnung, ich habe schon alles ausgeschaltet. Ich habe dich gar nicht mehr kommen sehen, wa? Also, von daher, heute darfst du kostenlos fahren. Ich habe dich lieb. So, nur noch zwei Halterstellen und wir sind jetzt hier bei der letzten großen Kreuzung, wo wir jetzt hier auch wieder links abbiegen müssen. Wir sind aber der allererste, der vorsteht. Wir sind also quasi an der Pole-Position. Ich fahre nochmal kurz ein bisschen vor. Guck mal, dann sehen wir wenigstens die rote Ampel. Zwei Stationen nur noch. Jetzt kommt die Mollstraße Prenzlauer Allee und dann kommt auch schon Alexander. Der Platzzeit, der sieht doch ganz gut aus. Obwohl ich sagen muss, wir sind, glaube ich, ein, zwei Minuten auf alle Fälle später da. Also, ein paar Sachen machen es natürlich ein bisschen aus, wie wirklich gerade die Ampelfase ist. Wenn wir natürlich etwas länger stehen als vorhin beim ersten Versuch, muss man mal ehrlich gesagt gestehen. Aber trotzdem, wir hatten jetzt auch ein, zwei, vielleicht drei Situationen gehabt. Da haben die Autos schon ein bisschen stören können, wo wir ein bisschen länger warten mussten, bis wir eigentlich losfahren konnten. Gerade auch mit unserem E-Citaro, der doch sehr gut in Sachen Beschleunigung ist. Das wird sich aber wahrscheinlich bei einer höheren Verkehrssichte immer mehr bemerkbar machen. Gut, hier will keiner einsteigen. Ich bin zwar der einzige Bus, der hier heute hier hält, aber du, ist in Ordnung. Guck mal, jetzt zum Beispiel beim letzten Mal hatten wir einmal eine Rotphase gehabt. Hier kommen wir eigentlich gut durch. Da vorne haben wir nur einmal Rot, äh, toll, der steht aber auch hier perfekt. 13.35 Uhr, also aktuell sind wir genau gleich, aber ich denke mal, wenn wir halten, sind wir knapp eine Minute später dran. Ich weiß gar nicht, ob es ehrlich gesagt auch diese Ampel hier so gibt. Ganz ehrlich, könnte man in die Kommentare schreiben, weil, klar, wir haben hier jetzt einmal geradeaus so eine Rechtsabbiegerspur, aber eigentlich ist die genauso wie die anderen Ampeln strikt einfach nur Rot oder wie hier mit nur Linksabbieger. Aber eigentlich bin ich der Meinung, gibt es die so nicht. Ich könnte aber gerne mal in die Kommentare schreiben, vielleicht irre ich mich vollkommen. Ich bin auch nicht allzu oft, ich komme zwar aus Berlin, aber nicht allzu oft hier, Alexanderplatz, unterwegs. Da ist ja manches ein bisschen anders, gerade vielleicht eher so ein bisschen für Touristen. So, Endstation, wir haben es 3.36 Uhr, ja, wie fast schon gesagt, ungefähr 11 Minuten werden wir jetzt hier schon gebraucht haben. 11 Minuten und ich würde mal sagen so 20 Sekunden vielleicht, aber immerhin nicht allzu spät. Aber man muss auch dazu eingestehen, bei einer Verkehrssichte auch nur von 25. Aber wie sieht das Ganze eigentlich aus bei einer Verkehrssichte von 50? Das gucken wir uns mal an. So, wir gehen jetzt wieder auf Option einmal nach ganz unten und stellen mal die Verkehrssichte auf 50. So, unten einmal auf Anwenden und jetzt können wir wieder zurückgehen. Eine knappe Minute haben wir noch, bis wir losfahren dürfen. Äh, kurz mal gucken, ja. Wir fahren schon mal, wir rollen schon mal an. Ähm, eine Minute haben wir. Jetzt kann sich die KI so nach und nach aufbauen. Die braucht ja so knapp eine Minute, dann geht es so richtig los. Guck mal, ihr seht schon, da kommen schon die Autos. Schon mal zwei nebeneinander, ist denn schon eher eine Seltenheit. Da kommt wieder ein Auto. Ihr wisst, ab 75 geht es aber auch denn los, quasi im nächsten Umlauf, wo denn auch die LKWs losfahren. So, Blinker ist gesetzt. Es kann losgehen. Ha, es ist schon ein bisschen mehr los. Einmal haben wir die gelbe Ampel hier erwischt. Aber ihr seht vor uns, auch gleich jetzt hier, bei der ersten Kreuzung, vor der erste Seite, der Stau ist jetzt ordentlich. Letzten Umlauf bei 25% Verkehrssicht. Da hatten wir nur zwei Autos vor uns. Jetzt müssten es schon vier Autos ungefähr sein. Vier Autos sind jetzt gerade vor uns, der Tesla. Und zweimal, nee, dreimal sogar ein Taxi. Und ganz vorne, also fünf Autos sind jetzt vor uns. Ui, 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 ui. Das heißt, wir müssen jetzt hoffen, dass wir wenigstens mit der grüne Ampel hier kommen. Wir sind ja auf der rechten Seite. Guck mal, der erste biegt ab. Der zweite biegt ab. Der dritte auch. Hier das Taxi. Fährt gerade aus. Die biegt auch ab. Und hier auch. Okay, die biegen alle ab. Aber es hat uns schon mal Zeit gekostet. Und wir halten an der ersten Haltestelle an. Und wir gucken mal so ein bisschen nebenbei, wenn die Fahrgäste hier einsteigen, vielleicht mal auf den Rückspiegel. Hoppala. Yeah, wer will einsteigen? Ah. Samba. Okay, ist natürlich jetzt ein bisschen doof gelaufen. Wir warten trotzdem ein bisschen ab. Sonst wäre es ein bisschen gemein. Aber, ja. Die machen da hinten auf alle Fälle. Ach, noch nicht. Party ist vorbei. Jetzt können sie einsteigen. So, bitte keine Fahrkarten hier. Wunderbar. So, Blinker gesetzt. Da kommt ein Auto. Den kriegen wir nicht mehr. Den kriegen wir nicht mehr. Ach, shit. Ja. Und so ist schon wieder eine Minute vorbei. Fast schon zwei Minuten. Aber es hält sich immer noch in Grenzen. Es geht immer noch. Ja, und wieder drei Autos vor uns. Wie gesagt, das kostet halt ein bisschen Zeit. Das kostet immer so wertvolle Sekunden. Komm, wir werden jetzt längst bei gelb losgefahren. Ach. Rollt du langsam an. Also, 10, 50 Sekunden bringt das Ganze schon so ein bisschen. Wir fahren jetzt schnell mal rein. Es war auch nicht die feine englische Art. Aber egal. Wir müssen aber auch sagen, wir haben hier echt viel Glück gerade. Wir sind ja auf unserer Buschspur. Und unsere Buschspur kriegt ein bisschen früher, nämlich jetzt Bescheid. Dass wir losfahren dürfen. Und so können wir schon als allererster wieder hier an die Kreuzung heranfahren. So, jetzt kommen wir zu der letzten großen Kreuzung. Und im Gegensatz zu den letzten beiden Malen haben wir diesmal ein Auto vor uns. Was aber in keinster Weise schlimm ist, weil... Ne, sogar zwei Autos vor uns. Zwei, drei? Ne, zwei denke ich mal. Aber wir kommen trotzdem über unsere Ampel. Von daher passt das alles. Aber wenn wir mal auf die Zeit achten, so ein bisschen. Es ist 13.04. Ich denke mal, wenn wir losfahren, wird es knapp 13.35 Uhr. Beziehungsweise wir werden bei der nächsten Halterstelle. Also bei unserer, ja, eigens eingeführten vorletzten Halterstelle. Nämlich der Mollstraße Prenzlauer Allee. Werden wir 13.35 Uhr da an der Stelle Gas geben? Ui, 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 ui. Die ist aber kurzweilig, die Ampel. Und einmal hier rein. Also hier werden wahrscheinlich ein Gegner zur Verkehrssichte 25. Werden wir nochmal eine weitere Minute zu spät kommen. Da waren es ja 3... 11 Uhr. Gerne. Da waren es nämlich 11 Minuten 20. Und hier sind es jetzt wahrscheinlich, denke ich mal, 12 Minuten. So. Sie will einmal AB haben. Wir gehen mal kurz zurück. AB. Einzel. Und sie will Bar bezahlen. Da kriegt sie natürlich jetzt noch ihr Wechselgeld zurück. So. Ja. Wie eigentlich schon was prophezeit. Wir haben es jetzt 13.36. Wir sind jetzt also schon 11 Minuten zu spät. Genauso wie bei Verkehrssichte 25. Aber ich glaube, Dann müssen wir uns doch hier ein bisschen beeilen. Ja, war leicht rot gewesen. Aber egal. Äh. Werden wir die 12 Minuten Verspätung schon gut voll machen können. Auf alle Fälle sind wir bis jetzt am spätesten von einem Verkehrssichten unterwegs. Wir halten an. Machen die Türen auf. Und dann war es das gewesen. 11 Uhr 36. Aber ich würde mal fast sagen, also das war auf alle Fälle später als Verkehrssichte 25 gewesen. Rüber zur Verkehrssichte 75. Und da sind dann auch mitunter viel mehr LKWs unterwegs. So. Der Bus ist freigegeben. Wir haben es 13.22. Und ich habe mich mittlerweile ein bisschen eingegroovt in Sachen dem Bus herrichten und die Fahrgäste reinlassen. Ich würde mal sagen, wir starten schon bei 13.23. Und das Interessante dabei wäre, einfach mal zu gucken, das ist die eigentliche pünktliche Abfahrtzeit. 3.23. Sollen wir eigentlich los. Oh, hier können wir die Tür zumachen. Ist ein bisschen laut hier. Da sollen wir nämlich eigentlich los. Und das werden wir mal machen. Und dann gucken wir mal, ob wir es überhaupt schaffen, pünktlich zu kommen. Weil, wie gesagt, per pünktliche Abfahrtzeit. Oder aber auch, wie viel später wir kommen werden. Weil ich denke mal, so wie der Verkehr hier jetzt aussieht, werden wir schon ein bisschen später kommen. Okay, noch 10 Sekunden. Da können wir schon bereit halten. Drei. Zwei. Eins. Und. Go. Stell rein, stell rein. Oh, shit. Okay. So viel dazu. Wir halten sofort schon nach den ersten paar Metern. Aber wir versuchen uns jetzt mal hier neben dem weißen Tesla hier ein bisschen durchzuquetschen. Oh, shit. So, jetzt geht's los. Nein, 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 nein. Du kannst ruhig warten hier. So, sehr schön. Oh, habt ihr schon vorne da den, äh, BSR-LKW gesehen, ey? Der hat's ja auch ein bisschen durchgequetscht. So, Pöki sind wir losgekommen. Oh, shit, wir halten schon wieder. Also, wir dürfen jetzt nicht vergessen, äh, 13.35 Uhr ist jetzt die beste Zeit gewesen. Sie sind aber zwei Minuten vorher, oder früher unterwegs gewesen. Das müssen wir immer noch so ein bisschen hinter Kopf behalten. Jetzt haben wir natürlich hier ein bisschen Glück. Guck mal, hier ist die Ampel gerade auf grün. Sprich, wir kommen richtig schön durch. Jetzt wird's natürlich ein bisschen spannend sein, den Bürgerschaft nicht allzu sehr mitzunehmen. Aber es wird spannend sein, wie gut wir jetzt hier gleich rauskommen werden. Wir versuchen, den auch richtig viel Platz zu lassen, dass die KI auch wirklich durchkommt. Wir wollen jetzt hier nicht mogeln. Oh, der steht natürlich auch super hier. Was ist das denn? Ah, hab ich auch noch nie gehabt. Ey, der steht ja perfekt. Scheiß DHL. Ich mag euch zwar. Oh, fuck. Hoppla. War nur mit Absicht. Oh, Leute. Steckt mal hier schön ein. Ach, ey. Gibt's doch nicht diese DHL-Fahrer. Wie gesagt, die bringen zwar unsere Pakete, wir sollten nicht so viel bestellen. Aber trotzdem. Ey, der steht aber auch wirklich sehr, sehr, sehr ungünstig. Guck mal, da staut sich dann alles. Ei, das wird schlimm. So, wir dürfen jetzt mal den Hinterkopf behalten. Da wir ja jetzt alles hier versperrt haben. Alle sind unter uns. Da hat sich das richtig gestorben. Wir werden jetzt alle an uns vorbeiziehen. Und da hinten wahrscheinlich die Kreuzung richtig schön voll machen. So. Wir müssen natürlich wieder so fair machen. Hier schön viel Platz. Ja, bitte keine Fahrkarten hier, ja? Wir haben es heute ein bisschen einiger. Halleschön. Ne, sieht gut aus. Oh, 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 oh. Ich habe Elektrobuch. Ach so, wir haben ja, oh, wir haben eine Buschspur. Dann ist ja in Ordnung. Willst du gegen dich mitbetteln oder was? Hier, nimm das Elektrosmog. Sorry, der muss da einfach mal sein. Guck mal, der Kollege hier. Mad-Ex oder Mad-Mex. Das ist, glaube ich, Fat-Ex. Der ist ja auch schön. Auch hier zweite Reihe. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin, glaube ich. Wird ein bisschen enger. Ja, 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 ja. Heute ist nicht so mit mir. Ja, ja, alles gut. Oh, scheiße. Nein, nicht gut. Okay, gut. Haben wir ein bisschen Glück gehabt mit der Kreuzung jetzt hier? Ich hätte natürlich hinter dem FedEx warten müssen. Der hätte es aber eh schon drei Tage gedauert. Ha, schweigehaft. Oh, sie haben sich ja richtig beeilt. Oh, das war ja knuffig. So. Oh, hey, Kollege, aufpassen. So, jetzt ziehe ich schnell auf die Linksabbieger. Und auch hier haben wir ein bisschen Glück. Hier sind nur zwei Autos vor uns. Aber trotzdem achtet mal so ein bisschen auf die Zeit. 13, 32. Also es ist gerade so 13, 34, 13, 35. Obwohl, das geht eigentlich immer doch. Leute. Ey. Teilnehmer. Ja, genau. Beim Hupen fährt es jetzt los, wa? Ja, genau. Haben wir hier unser Tinder-Date jetzt endlich gefunden? Haben wir einen super duper Herz gegeben? Oder was ist hier los? Gibt es halt nicht, ey. Ja, du, geht mir alle um den Baum herum. Hallo. Wollte ich auch gerade sagen. Geht mir alle einmal um den Baum herum, ey. Spielen wir Cowboy und Indianer oder was? Das ist schön. Je höher die Verkehrsdichte wird, desto mehr und mehr werden wir zum Berliner Bus fahren. Freut mich. So. Da vorne ist, glaube ich, auch eine rote Ampel. Da halten wir ganz kurz. Resümee gezogen. Es ist 13, 35. Ich denke mal, 13, 36 werden wir anhalten. Wir dürfen aber nicht vergessen, wir sind zwei Minuten früher losgefahren. Was immer noch so ein bisschen geht. Heißt, wir sind beim ersten Mal knappe 10 Minuten gefahren. Beim zweiten Mal 11 Minuten und knappe 20 Sekunden. Dann beim 50% Verkehrsdichte schon fast 12 Minuten. Also ging eher in die 12-Minuten-Distanz, war ein bisschen langsamer gewesen als bei einer Verkehrsdichte von 25. Und bei einer Verkehrsdichte von 75 waren wir jetzt schon genau 12 Minuten unterwegs. Jetzt, glaube ich, auch in die Richtung 13 Minuten. Und wenn wir mal sehen, wir sind pünktlich losgefahren. Wir sind mittlerweile dann auch schon drei Minuten zu spät da. Nur weil die Verkehrsdichte einfach ein bisschen dichter ist. Ja, wie ich eigentlich auch schon das Wort sage. Und man muss auch nochmal beachten, wir sind trotzdem gut durchgekommen. Aber hier und da gibt es dann schon ein paar Holpersteide. Gerade wenn die Autos hier an der Ampel stehen und wir nicht so gut wegkommen. Oder sagen wir mal, langsamer wegkommen. Obwohl wir natürlich einen Elektrobus haben. Aber, ja, das passt ganz gut. 13 Minuten hat das Ganze jetzt hier gedauert. Und dann würde ich mal sagen, machen wir die Türchen auf. Und gehen zur allerletzten Rundfahrt bei einer Verkehrssdichte von 100%. So, ja, noch ungefähr 45 Sekunden Verkehrssdichte ist auf 100 eingestellt. Und wir gucken mal nicht nur aus unserer Koppelperspektive, wie das aussieht. Sondern, wie das im Großen und Ganzen aus der Third-Person-Perspektive aussieht. Das sieht nämlich so aus. Und das geht eigentlich immer noch. Ach, weil die welche rechts abbiegen wollen. Ist natürlich geil für uns. Aber wie gesagt, wir fahren jetzt ab 23 los. Also, wenn da jetzt doch der Taxifahrer vorbeikommt, haben wir ein kleines Problem. Oh, shit. Ja, ja. Ist jetzt gleich hier wieder ein bisschen enger. Aber jetzt läuft... Oh, 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 oh. Jetzt staut sich das da. So, können wir schon ein bisschen fahren? Ja, wir können schon fahren. Wir machen uns bereit. In 3, 2, 1 und... Action! Ah, hier Taxi. Da können wir uns noch durchquetschen. So, da quetschen wir uns jetzt auch durch. Haben wir ein bisschen vor. Hier ändert nämlich die Busspur. Ja, wie bei Verkehrssdichte 75. Wir stehen erst einmal. Langsam anrollen. Komm, Leute. Komm, 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 komm. Es bleibt nicht lange grün. Super. Ui, 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 ui. Aber man merkt sofort... Ui, das ist... Hier ist was los. Ja, ja. Hier ist auf alle Fälle was los. Ha, gut. Das kann sich ein bisschen ziehen. Ah. Ah. Oh, scheiße. Hat der aber... Heike, ist heute so ein Lehrvideo. Ja, ist auch ein Lehrvideo. Achtet immer auf den Straßenverkehr vor euch. Ey, hat der abgebremst. Ja, Leute. Stell da. Sehr schön. Wir kamen rüber. Ja, du bist mehr... Du bist mehr eine richtige Fispiepe. Wir haben Vorfahrt. Mann, 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 ey. Leute, schickt das Arbeitsamt hier als Speditionsbeauftrag. Das ist ja unglaublich. Ich bin ja tiefst enttäuscht. Und traurig. Hi. Hi. Oh, keiner mit der Fahrkarte. Das ist sehr schön. Das mag ich. Oh, ja. Du, das kann man machen. Das kann man so machen. Aber gut, für uns. Das ist quasi wie beim Football. Ja, jetzt kommen wir richtig schön durch. Jetzt bist du wirklich spannend. War, wie voll es da vorne wird. Das beobachten wir jetzt einfach mal. Die haben jetzt die ganze Zeit grün. Guck mal. Ei, 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 ei. Hi. Ja, das ist schön für dich. Ich kann gerade nicht. Ich muss gerade auf dem Verkehr. Ei, 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 ei. Bist du alleine? Ja, ja, komm. Wir haben gerade andere Probleme. Ja, du, ja, quetscht euch alle noch hier schön rein. Oh, wir haben, oh, wir haben Rechtsartbieger. Rechtsartbieger. Ah, perfekt. Schein gehabt. So, Freunde, guten Laune. Ich würde mal sagen, wir sind jetzt hier bei der letzten Kreuzung. Viel ist nicht mehr. Wir müssten auch gleich grün bekommen. Mein kleines, feines Fazit. Jetzt auf dieser Kurzstrecke gesehen. Es macht natürlich einen riesen Unterschied, wie ihr die Verkehrssicht hier einstellt. Wenn wir mal sehen, von 0 zu 25 ist der Unterschied natürlich da. Ihr habt einfach, denn bei 25 habt ihr einfach Verkehrsteilnehmer. Bei 0 habt ihr gar keine. Aber es ist sehr überschaubar. Wo ich aber sagen muss, dass Verkehrssichte 25 mir ein bisschen wenig ist. Ab Verkehrssichte 50 wird es sehr interessant. Und bei einer Verkehrssichte von 75, da werdet ihr schon ordentlich beeinträchtigt. Und es kann mitunter schon, äh, ja, zu leichten Aggressionen führen. Obacht aber, bei Verkehrssichte 100, oh, ihr wollt auch noch einsteigen, na komm. Bei Verkehrssichte 100 kann das Ganze noch viel schlimmer werden. Und ich muss auch sagen, dann wird es auch wirklich frustrieren. Dann kann man den auf alle Fälle als guten alten Stausimulator betiteln. Ähm, ich würde für euch, wenn ihr das Spiel hier gerne mal spielen wollt. Wie gesagt, es ist ja noch ein Early Access. Ich glaube für 30 Euro oder 35 Euro erhältlich. Es ist ein wunderschönes Spiel. Ihr habt komplett Berlin. Würde ich euch aber eine Verkehrssichte von zwischen 50 und 75 raten. 75 ist halt guter Berufsverkehr. 50 ist halt wirklich so ein angenehmer Tag. Aber heute auch ein bisschen mehr los. Aber ihr habt einfach KIs, die interagieren. Aber guckt mal hier. Dit ist quasi jetzt eine Verkehrssichte 100. Ihr habt hier drei LKWs. Die stauen hier wirklich alles. Und, ähm, so seid ihr einfach wirklich bei 75 und 100. Ja, gute drei Minuten überall ein bisschen später unterwegs. Jetzt auch wieder. Wir sind knapp 13 Minuten unterwegs gewesen. Wir kamen teilweise gut durch. Ist auch nämlich mal dem geschuldet, wie auch wirklich jetzt so die Verkehrs, ähm, Ampeln gerade geschaltet sind. Manchmal haben wir wirklich Glück gehabt. Wir haben vier Buschspur. Wir haben unsere eigene Ampel. Wir haben Rechtsabbieger gehabt. Da mussten wir weniger stehen. Und dann ging es immer noch einigermaßen. Also, bei Verkehrssichte 0 haben wir für unsere Strecke jetzt 10 Minuten gebaut. Bei 25 knapp 11 Minuten. 20 ungefähr. Bei 50 ging es eigentlich schon gut in die 12 Minuten Richtung. Und bei 75 sowie 100. Bei 75 gute 13 Minuten. Und bei 100 geben wir auch schon jetzt auch Richtung die sogenannten 14 Minuten. Also, sukzessive werden wir langsamer. Und, ähm, ja, von 0 zu 100 sind es immerhin auch schon mal knappe 3 bis 4 Minuten Unterschiede. Ich hoffe, ich konnte euch da so ein bisschen weiterhelfen. Wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Ich würde mal sagen, ich werde jetzt am Ende nochmal einen kleinen Zeitraffer euch mal einspielen, wie das Ganze ausschaut, wenn ihr erstmal an der Kreuzung steht und die Verkehrssicht sich sukzessive erhöht von 0 auf 100. In diesem Sinne, macht's gut, auf Wiedersehen und tschüssikowski. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.